Hässner Leber-Kreber-Bie Putanemern Admitgatoren Obi-Rupe-Pase-Bubbel-Plasti-Fafschmich Ach, das war's noch nicht! Ich wüsst ja total gern, ob die ne echte Sprache dafür erfunden haben. Ja, ich glaub, wie seitdem immer mehrere Sprachen zusammen gewurschtelt. Das war's immer noch nicht mit dem Kapitel! Oh, hallo! Na, danke! Wiederbelebung, bitte! Kai hat mich bis abgefackelt! Was? Ja, ich glaube, das ist so schön! Ich hab's jetzt mal geteckt! Oh, was du... Was? Du... 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 Da ist ein Magier, da ist ein Magier! Sehr gut! Ich bin tot. Magier ist tot. Ich auch. Nein, Hesky, du bist nicht tot. Ich muss mal auf, hinter Kai herzurennen. Ich bin wieder tot. Äh, da rennt nichts hinter mir her. Doch. Da ist ein Skelett, das sich die ganze Zeit verfolgt. Das habe ich auch gesehen. Nein, da ist kein Skelett. So, ich sehe kein Skelett. Jetzt ist sie ja auch tot. Ich habe sie ja getötet. Ich habe die ganze Zeit kein Skelett gesehen. Kai hätte mit schon was gemacht deswegen. Achso, ja. Hesky! Das war mein, äh, das war mein Stein. Danke. Wo sind denn die Nächsten? Wo sind denn die Nächsten? Danke. Danke. Ui. Kann das Kapitel mal bitte zu Ende sein? Ich denke mir auch gerade so, das andere war zwar verpackt ohne Ende, aber das hier ist fast noch anstrengender. Oh, da war das, was er etwas tiefer als ich angenommen hatte für einen Sumpf. Danke. Einmal wieder überleben? Esky, mach dich einmal tot. Okay. Danke, den wollte ich. Bitte schön. Oh nein, da kommen die Nächsten. Okay, ich bleib, ich bleib hier, ist mir jetzt egal. Hier bin ich sicher. Gar nicht so dumm. Hallo Kai. Tschüss Kai. Hallo. Doch. Wieso bin ich tot? Weil Hesky mich schon wieder mit Stöcken beschmeißt. Wieso bist du im Wasser gespawnt? Was bin ich denn? Ich glaube, du musst da weg. Ich glaube, du musst da weg, sodass du das Sportpunkt grundsätzlich im Wasser haben. Okay. Wo war denn jetzt? Da ist ein Stab. Im Wasser. Danke. Ich bin tot. Ich war tot. Ich nehme den Stab. Alles glücklich. Und denken sich langsam so, ist das ein endlos Kapitel? Dann wird das die ganze Zeit neu generiert, während wir hier lang gehen. Können wir die aber durchrennen. Ich meine, wir könnten es probieren. Danke. Könnt ihr mich bitte... Oh, danke. Hi. Hi. Entschuldigung, spielen wir gerade ein Kapitel, das ein komplettes RPG ist, oder? Ja. Ja. Oh, hi. Hallo. Okay. 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 Kannst uns nicht leiden, okay. Ich weiß genau, wie man mit euch umgeht. Ja, mach dich nass, ich mach dich trocken. Ja, ich glaube, wir haben dessen Vertrauen gewonnen. Ja. Dem ist es warm. Sekunde. Er hat gesagt, es tut mir leid, was ich da von mir gegeben habe, und dann ist er losgewandert. Ja, er hat gebrannt, weil wenn sie brennen, dann rennen sie. Okay. Oh, did you need her? Mother Blasarna. Tears on your darmen. Mother Trouble. Oh, they're hump your darmen beer. Okay. Okay. Jetzt alle tot. Wachst, fälscht Früchte. Wachst, ne? Da ist ein Stab. Wie kommt man zu diesem Stab? Ah. Stab des Lebens. Wer? Wer macht? Äh... Regeneration Aura. Aktiv wiederbeleben. Ah! Uh, das ist einfach noch ein besserer von dem, was ich jetzt habe. Cool. Das tut dir nichts. Ja, ich mache einfach alles sauber im Dorf. Okay. Power Wash Simulator. Entschuldigung. Entschuldigung. Aha. Milorina. Ne, war ja. Der da. Unde Flunga-Dü. Unde Flunga-Dü. Ha? Also, diesmal töten wir nichts. Okay. Ja. Das ist aber blöd. Das Spiel, das hier ist jetzt dabei gemacht, gibt keine Konsequenzen. Wir töten jetzt nichts. Wir töten jetzt nichts. Ist doch alle nicht mehr da. Doch, diesmal nicht hier. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Ja, gut. Okay. Also müssen wir die jetzt alle heilen. Okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo die stehen. Ich würde doch erklären, warum der eine so, ich sag mal freundliche Sachen sagt, nachdem ich mich geheilt habe. Ja. Das wird es auf jeden Fall erklären. Müssten eigentlich alle... Das gefährdet nicht. Ich meine, ich sehe halt nichts. Ja, also ich finde es jetzt alle wieder... Fade. Okay. Äh. Ja. Und jetzt werden wir gehängt, weil wir schwarze Magie eingesetzt haben. Order of Kramley Jair. Go to that Giffle. Ne, jetzt haben wir gerade einen Aufstand gegen ihn angezettelt. Ja? Ich vermute, bei euch stehen die Leute da alle und, äh, vor der Tür... Ja, mit... Oh. Das kam ein bisschen überraschend. Wow. Jetzt gehen sie. Er ist so typisch. Alle wollen gleichzeitig rein. Und das war es immer noch nicht. Was zur Hölle? Ist das jetzt der Bosskampf endlich? Ja, was ist wichtig? Ja. Ja, was ist wichtig? Okay. Okay. Ist das bei euch auch so? Ja, oder? Also wir versuchen ihn nicht umzubringen. Ich glaube, wir werden diesmal nicht sehr viel Wahl haben. Also auf Anhieb. Ja. Ähm. Simon. Simon Bermond ist tot. Es passt schon. Äh. Oh. Ich hab ihm nie getraut. Natürlich. Ich wusste immer, dass er ein Vampir ist. Oder auch nicht. Ja. Das passt ja nicht noch pute mal hin. Ja, ich glaub, das Spiel ist abgeschwürzt, ne? Ja. Ah, woran hast du das festgemacht? Ja, dass die von dir gespielten Spiele wieder verfügbar waren. Ah. 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 Ich seh dir davon aus, ich kann euch nicht wieder beitreten. Das ist wahrscheinlich ja. Ah. 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 nächsten mal und dann können wir gleich mal genau nein wir müssen ja schon dies was ist so versuchen versuchte das mal so ich guck mal das ganze bei his games wir haben es geschafft oder ich bin aber gestorben dunkelheit niffelheim das ist deutsch dunkelheit schon wieder ab und dort werden wir teleportiert wir haben es geschafft ich lese immer erst fehlgeschlagen statt wie level geschafft ich weiß nicht warum ja habe ich natürlich leider verpasst wie ihr das ganz toll gemacht habt ihr das ganz toll gemacht wir haben es super gemacht ich habe das jetzt übersprungen wir haben ihn halt voll umgehauen mit stein ich habe ich habe ihn gesteinigt ich habe ihn mit eis und akkan strahl bearbeitet und dann war er halt tot und kapitel 10 12 und magiker 2 dann auch beim nächsten mal mal gucken mal gucken wie lange wir brauchen um elf zehn elf und zwölf abzuschließen genau genau ich ich danke auf jeden fall dafür dass wir das hier heute mal in so schöner hunde geschafft haben und dem sinne würde ich sagen bis zum nächsten mal und bis dahin allen noch viel spaß bei was auch immer ihr noch so tut und wir sehen uns was auch immer tschüss und bye bye tschau